Aber der letzte Satz ist ein Irrtum. Die SPD hat mich nicht kaputt bekommen. Ich bekomme zu schnell Kader kaputt. Das war ein schwieriger Moment. Und da bin ich meinen Personenschützern, die da mit mir unterwegs war, bis heute dankbar. Meine Personenschützer haben reagiert nicht. Die haben gesagt, mach dich vom Ackerkollege. Der englische Philosoph Edmund Burke, das ist ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, hat mal den Satz gesagt, für den Sieg des Bösen reicht es, dass die Gute nichts tut. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Sie ist mir auch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gestellt worden. Herr Schulz, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich muss mich ganz zu Beginn bei Ihnen ausdrücklich bedanken. Nicht nur, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, sondern dass dank Ihnen jeder weiß, wo Würselen liegt. Weil meine Freundin und ihre Familie kommt aus Würselen. Und wenn ich vor den Wochenenden nach Hause fahre und gefragt werde oder am Telefon mit irgendjemandem bin und gefragt werde, wo fährst du denn jetzt hin? Und ich sage nach Würselen. Jeder weiß einfach Bescheid. Also ein ausdrückliches Danke dafür. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Ihr Name? Martin Schulz. Ihr Alter? 64 in wenigen Tagen, am 20. Dezember. Ihre Heimat? Würselen. Ihre Geschwister? Vier Stück, zwei Brüder, zwei Schwestern. Ihr Vorbild? Schwierig. Ich habe nicht nur eins, sondern mehrere. Fällt Ihnen eine Person jetzt in diesem Moment besonders prägnant ein? Bei Sozialdemokraten ist er immer naheliegenderweise Willy Brandt. Aber ein großes Vorbild, das ich habe, ist der sozialdemokratische Parteichef Otto Welz. Das war der Mann, der hier im Reichstag als Vorsitzender hier in diesem Gebäude der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion Adolf Hitler auf die Entfernung von uns beiden hier ins Gesicht gesagt hat, wir lehnen dein Ermächtigungsgesetz ab. Das hat er mit dem Satz gesagt, Freiheit und Leben können sie uns lieben, unsere Ehre nicht. Sie nicht. Ich finde, das ist ein Held der deutschen Geschichte. Wenig bekannt, aber das ist der Mann, der den Mut hatte, dem Diktator ins Gesicht zu sagen, du kannst uns killen, aber du spielst nicht auf unserer Ebene. Ich setze im Zuge dieses Steckbriefs alle meine Gäste abends an eine Hotelbar. Nehmen wir an, Sie säßen abends an einer Hotelbar. Was würden Sie trinken? Apfelschorle. Jetzt stellen wir uns vor, ich säße auch dort und wir würden irgendwie zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würden Sie sich am liebsten mit mir unterhalten? Normalerweise über Politik, aber ganz stark auch über Literatur. Man stellt ja relativ schnell fest, ob jemand ein Leser oder eine Leserin ist, dann kann man schon über den Bereich eines an einer Bar stattfindenden Smalltalks hinausgehen, schon Inhalte miteinander diskutieren. Leute, die keine Affinität zur Politik haben, keine zur Literatur reden, gerne über Sport, dann würde ich über die Krise von Bayern München und das 1. FC Köln reden. Das sind zumindest bei den letzten Themen würde ich einige Stunden mit Ihnen füllen können. Jetzt stellen wir uns vor, ich wüsste nicht, wer Sie sind und wir würden uns über Literatur, über Politik und auch über Sport unterhalten. Und ich würde Sie irgendwann fragen, Mensch, Sie scheinen ja hier ein richtig informierter Mensch zu sein. Was machen Sie denn so beruflich? Ja, da würde ich sagen, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages, war viele Jahre Präsident des Europaparlaments und da heißt es Martin Schulz. Und wenn Sie mir sagen, das habe ich noch nie gehört, würde ich antworten, haben Sie Glück gehabt. Wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir kommen beide aus Familien mit jeweils fünf Kindern. Ich bin der vierte von fünf. Haben Sie sich jemals gefragt, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Sie Einzelkind gewesen wären? Offengestanden nein. Die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Sie ist mir auch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gestellt worden. Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Lohnt es sich, darüber nachzudenken? Bestimmt. Ich habe Mitarbeiter, die Einzelkinder sind. Es ist immer interessant zu beobachten und zuzuhören, was die erzählen. Ein langjähriger, sehr enger Mitarbeiter von mir war ein Einzelkind. Und bei dem habe ich festgestellt, dass er aber ein Verhalten hat, als wäre er in einer Mehrkindfamilie aufgewachsen. Sehr solidarisch, sehr energisch. Hat dann auch selbst mehrere Kinder bekommen. Also eine für heutige Verhältnisse schon eine relativ große Familie gegründet. Jetzt sind Sie die Nummer fünf von fünf. Wie ist es Ihnen gelungen, als jüngstes Kind sich gehört zu verschaffen früher? Ich glaube, dass die Art und Weise, wie ich Politik mache und überhaupt in meinem Leben auftrete, auch mit der ja zugegebenermaßen manchmal etwas übertriebenen Lautstärke, die es ja auch in meinen Reden gibt, die Ursache darin hat, dass ich vier ältere Geschwister habe, die alle sehr ausgeprägte Individualisten sind, sehr ausgeprägte Charaktere, ambitionierte in ihren Berufen, sehr erfolgreiche Leute, die eigentlich gar nicht so anders sind als ich. Und wenn du dann als Knirps dich gegen die durchsetzen musst, mein Elsterbruder ist zwölf Jahre älter, als ich in die Pubertät kam, war das schon ein hoch angesehener Honoration in der Stadt. Gegen den musste ich richtig kämpfen. Also durchgesetzt habe ich mich, ich habe kämpfen gelernt, um Anerkennung zu bekommen. Kämpfen lernen tut man ja auch beim Fußball. Wenn ich Ihre Kollegen vom SV Renania Wöselen fragen würde, welcher Spielertyp sie waren, würden die eher sagen, der Martin Schulz war so ein Philipp Lahm, so ein Michael Ballack oder so ein Miroslav Klose? Nee, ich glaube, keins von dreien. Also so technisch brillant wie die drei war ich nicht. Aber eher war ich ein knochenharter linker Abwehrspieler, ein Kämpfer. Eher wie Jonas Hector vom 1. FC Köln. Und das war ja Ihr großer Traum damals, der Traum von der Karriere eines Fußballprofis. Daraus ist nichts geworden, weil Sie sich das Kreuzband gerissen haben. Vielleicht können Sie uns mit in diesen Moment nehmen, wo Sie von dieser Verletzung wieder genesen sind. Und ich glaube, dann ist es ja nochmal gerissen, wenn ich richtig informiert bin. Vielleicht können Sie uns mit in diesen Moment nehmen. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen? Ich will mal diesen Podcast nutzen, um auch mal mit einer Legende aufzuräumen. Ich glaube, ich wäre niemals so gut gewesen, um Fußballprofi zu werden. Aber der Traum, das zu werden, den hatte ich natürlich. Ein Stück meiner Problematik bestand darin, erzähl mal einem 17-Jährigen, dass er nicht ausreichend talentiert ist. Das glaubst du ja nicht. Also war mein Traum schon der, und ich habe auch wie irre trainiert. Heute rückblickend weiß ich, dass diese Art des Trainings würde heute kein Trainer mehr erlauben, weil die physische Beanspruchung und diese übertriebene Stärke im Trainieren und Spielen nicht altersadäquat war. Und aus der Mannschaft, die eigentlich eine sehr erfolgreiche Jugendfußballmannschaft war, der war Westdeutscher Vizemeister, mit dem Endspiel gegen Schalke verloren, war lange Zeit über 100 Spiele ungeschlagen. Und keiner von den Spielern ist irgendwo, mit einer Ausnahme, der Torwart war mal bei Fortuna Köln in der Bundesliga. Aber ansonsten ist keiner im Profifußball gelandet. Viele mit frühen Verletzungen. Eine Jugendfußballmannschaft aus einer kleinen Stadt, die eine Zeit lang durch eine Überdehnung eigentlich so der Trainingsarbeit mithalten konnte. Zu Ihrer Frage zurück. Für mich brach da die Welt zusammen. Also das erste war übrigens kein Kreuzmann, sondern Meniskus. Beim zweiten waren es dann die Bänder. Und da war für mich ja der Fußball beendet. Und das war schon, das habe ich als einen echten Schlag in meinem Leben damals empfunden. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Ihre Eltern reagiert haben? Ich glaube, die haben das gar nicht so sehr mitbekommen. Muss ich nachdenken. Die haben meinen Fußballfimmel sowieso für Blödsinn gehalten. Meine Mutter, die mal gesagt hat, mach mal lieber deine Hausaufgaben, geh mal regelmäßig zur Schule, arbeite da mal an. Das ist besser als dein Fußballfimmel. Und mein Vater, glaube ich, dem war das, glaube ich, nicht so. Der hat das nicht so ernst genommen. Meine Mutter, die hat sich da mehr Sorgen gemacht. Sie haben anschließend eine Lehre zum Buchhändler begonnen. Und es ist unter diesen beruflichen Bedingungen dann kein Wunder, dass Sie sehr belesen sind. Welches Buch hat denn Ihre Lebensphilosophie am stärksten beeinflusst? Der Roman Jenseits von Eden von John Steinbeck, das ist eine einzigartige literarische Verarbeitung der Kain und Abel-Story, der Kain und Abel-Geschichte. Und zwar in verschiedener Hinsicht. Es ist sowohl eine Kain und Abel-Geschichte der Väter und eine Kain und Abel-Geschichte der Söhne. Es ist zweimal ein Bruderkonflikt, der in diesem Roman aufgearbeitet wird. Und ich kenne kaum einen Roman, in dem alle menschliche Größe, Edelmütigkeit, Solidarität, Zugewandtheit, Verzicht zugunsten anderer, sich selbst zurückzunehmen, Altersweisheit, Milde in der Jugend, Radikalität in der Jugend, Radikalität im Alter, Milde im Alter, totaler Hass und glühende Liebe, Vernachlässigung von Kindern durch die Mutter, Intriganz, Hass, Mordlust, Betrug, ebenso wie Solidarität habe ich schon erwähnt, aber auch Liebe zu anderen, selbst wenn du nicht mit ihnen verwandt bist, anderen Menschen etwas geben, was ihnen sichtlich fehlt und wozu du in der Lage bist, es ihnen zu geben. Also alles, was unser Leben auf irgendeine Ahnung, was sie im Guten wie im Bösen prägt, ist in diesem Roman in einer Familiengeschichte verarbeitet. Und der Romantitel ist nicht von ungefähr, der John Steinbeck hat den nicht von ungefähr gewählt. Jenseits von Eden heißt, Eden, der Garten Eden war das Paradies. Wir leben als Menschen jenseits von Eden. Das Paradies auf Erden gibt es nicht. Man kann sich bemühen, aber es ist schon hart, unser Alltagsleben. Und ich habe keinen Roman vorher und später gelesen, der in dieser Intensität jedenfalls mich berührt hat. Ich habe viele andere kennengelernt, die mir gesagt haben, ist mir zu schwierig. Und man braucht auch 50, 60 Seiten, um in den Roman reinzukommen. Aber die Buddenbrooks von Thomas Mann gehen in die Nähe, sind aber viel zu vornehmen. Das ist eine Patrizier-Familie. Die Familie in Jenseits von Eden ist eine amerikanische Pharmafamilie. und ja, das ist der Roman, der mich am meisten geprägt hat. Sind Sie so jemand, der ein Buch intensiv liest oder mehrere Bücher auf einmal? Ne, ich lese parallel mehrere Bücher auf einmal. Aber ich lese die alle intensiv. Stimmt, aber das widerspricht sich nicht. Das ist korrekt. Ich bewundere das immer. Ich kann das nicht. Ich kann nicht parallel lesen. Ich muss so eine Sache, mich auf eine Sache konzentrieren und das dann durchziehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich auch im Alltag kann ich das nicht. Also ich bin nicht Multitask. Wenn ich irgendwie eine SMS schreibe, kann ich nicht gleichzeitig zuhören. Ich finde das auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die können, die sind Multitask. Die sitzen vor mir und ich habe den Eindruck, die hören mir überhaupt nicht zu. Die hören aber intensiv zu und können parallel irgendwas anders machen. Finde ich faszinierend. Ich kann das nicht. Außer beim Lesen. Das hat aber einen Grund. Wenn Sie davon leben, anderen Menschen Bücher zu verkaufen, wenn Sie Ihren Lebensunterhalt damit verdienen, haben Sie gar keine Alternative als parallel zu lesen. Denn die Flut an Neuerscheinungen und das Volumen, das es in so einer Buchhandlung gibt, Sie Ihren Kundinnen und Kunden gegenüber nicht den Eindruck erwecken wollen, der hat ja gar keine Ahnung. Dann müssen Sie schon auch wissen, was Sie da in Ihrem Laden anbieten und dann musst du natürlich auch parallel lesen können. Gehen wir weg von der Belletristik. ich meine gelesen zu haben, dass Sie auch gerne Biografien lesen. Mit welchen Protagonisten hätten Sie denn gerne mal einen Tag getauscht oder wenn diese Person noch leben sollte, mit welchen Protagonisten einer Biografie, die Sie gelesen haben, würden Sie gerne mal tauschen? Das ist auch eine schwierige Frage, aber wenn ich spontan würde ich sagen, François Mitterrand, der frühere französische Staatspräsident, über den ich eine Biografie gelesen habe, die einen Journalist verfasst hat, der ihn über 40 Jahre begleitet hat und der mit ihm eine Abmachung hatte, die Biografie schreibe ich erst nach deinem Tod, erst wenn du nicht mehr da bist. Krass. Mitterrand hatte ihm gesagt, ich lasse dich nah an mich ran, aber du musst warten. Und er hat sich auch daran gehalten und da werden Facetten der Persönlichkeit offengelegt, die die Faszination, die ich von diesem Mann eh immer hatte, noch steigern. Also wenn, würde ich sagen, einen Tag im Leben von François Mitterrand. Ist das möglicherweise ein Grund, warum Sie sich während des Wahlkampfs begleiten lassen haben von einem Journalisten, der dann im Anschluss ein Buch darüber geschrieben hat? Das war nicht der Grund, aber ich bin natürlich hinterher, es ist mir aufgefallen. Nun hat er mich nicht 40 Jahre begleitet, sondern nur ein paar Monate, aber jemanden so nah an sich ranzulassen, allerdings konnte ich mit dem die Vereinbarung nicht treffen. Er ist nach meinem Tod, ich will ja noch ein paar Jahrzehnte leben. Verständlich. Wir spulen noch mal ein paar Jahrzehnte zurück. 1982, Sie eröffnen die eigene Buchhandlung und Ihre politische Laufbahn nimmt Fahrt auf. Sie hatten es ganz kurz im Vorgespräch auch schon gesagt, mit 31 werden Sie Bürgermeister von Würselen. Ich bin heute 31, kann es mir nicht vorstellen, irgendwo Bürgermeister zu sein. Elf Jahre lang sind Sie das, Sie werden zweimal mit absoluter Mehrheit wiedergewählt und gewinnen oder erzielen dadurch diese Auszeichnung des Ehrenbürgers von Würselen, auf die Sie stolz sind, wenn ich das richtig gelesen habe. Seit 1994 sind Sie Mitglied des Europäischen Parlaments. 2012 werden Sie zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt, wiedergewählt, 2014, 2017 scheiden Sie dann aus, um in den Wahlkampf einzusteigen. Ihre Karriere auf europäischer politischer Ebene ist es natürlich unmöglich, jetzt in dieser Kürze der Zeit irgendwie, auch nur ansatzweise zusammenzufassen. Deswegen habe ich zwei Momente rausgesucht, die mir besonders aufgefallen sind. Das ist eine, aus meiner Sicht, ein schöner Moment und ein eher schwieriger Moment. Womit wollen Sie beginnen? Fangen Sie mit dem schwierigen an. Der schwierige Moment. Diesen schwierigen Moment bezeichnen Sie als bewegendste Begegnung Ihres Lebens und findet Ende der 90er Jahre statt. Ich vermute, es war 96, wo Sie die Eltern der Kinder Julie und Melissa treffen, die ermordet wurden beziehungsweise gestorben sind im Zuge der Straftaten von Marc Dutroux. Vielleicht können Sie uns mit in diesen Moment nehmen, wo Sie die Eltern treffen, die zwei ihrer Kinder an solch einen Menschen verloren haben. Das war 1998. Wir hatten im Europäischen Parlament, im zuständigen Ausschuss, im Innenausschuss einen Bericht des Europaparlaments in Auftrag gegeben, der sich mit dem Kampf gegen Missbrauch von Kindern und Sextourismus, der damals en vogue war, also die Leute, die nach Thailand flogen, um da ihre perversen Bedürfnisse zu befriedigen, um ein Bild sich zu verschaffen, wie sieht das in Europa aus und welche strafrechtlichen Konsequenzen müsste man ziehen, und zwar so, dass das die Mitgliedschaft in der Europäischen Union alle gemeinsam machen und man nicht in einem Land einen Straftatbestand hat, der in einem anderen Land keiner ist. Und ich war der Berichterstatter und im Zusammenhang mit diesem Bericht Kindesmissbrauch, Kindesentführung, Vergewaltigung von Kindern, Mord an Kindern, Kinderpornografie stießen wir natürlich irgendwann auf Marc Dutroux und seiner abscheulichen Taten. Und zu diesen abscheulichen Taten gehörte eben auch der Mord an diesen beiden Kindern aus dem Ort Gras Holonje, das ist ein Vorort von Lüttich, nicht weit weg von meiner Heimat. Und irgendwann ging unsere Recherche in eine sehr detaillierte Ebene hinein, wo wir Erkenntnisse bekamen, darüber, wie so etwas überhaupt möglich war, weil der Mann war zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, nach drei Jahren schon auf freien Fuß gesetzt worden. Da stimmte alles vorne und hinten nicht und wenn in der belgischen Justiz und in der Polizei nicht Fehler gemacht worden wäre, dieser Art, wäre der Mann nie auf freien Fuß gekommen. Dadurch, dass er vorzeitig auf freien Fuß kam, man muss wissen, er war zu elfeinhalb Jahren Haft wegen schwerer auch sexueller Straftaten verurteilt worden. Dadurch kam wir also an diesen Dutrube-Fall ran und sind dann natürlich irgendwann auch kontaktiert worden von den Elternvereinigungen von Kindern, die da in Belgien halt Opfer geworden waren und dazu gehörten auch die Familien Lejeune und Rousseau und eines Tages hat mich dann die Familie Rousseau zu sich nach Hause eingeladen. Ich hatte die um ein Gespräch gebeten und ich bin dann zu denen nach Hause gefahren und das war ein Ehepaar, das wusste unter welch grausamen Bedingungen ihr kleines Töchterchen ums Leben gekommen war, ermordet worden war und wenn sie aus dem Haus da raustreten, sehen sie ein paar hundert Meter weg eine Brücke über einer Autobahn und die beiden Mädchen haben auf dieser Brücke gestanden und gewinkt wie Kinder das so tun auf Autobahn und der Typ ist unter der Brücke durchgefahren und die Kinder da stehen sind abgebogen und hat sich die Kinder geholt das heißt die Eltern sehen jeden Tag den Tatort da wo die wohnen und ich habe dann mit diesen Eltern geredet und ich muss ihnen sagen großartige Menschen das sind großartige Menschen der Herr Rousseau Stahlarbeiter der arbeitete in einem Stahlberg also das ist nicht ein feind isolierter Intellektueller von der Universität sondern Mann aus dem Leben und die Frau Rousseau ich habe sie am Ende des Gesprächs gefragt es gibt in ihrem Haus noch so ein kleines Bild auf einem Sideboard von ihrer Tochter sie hat mir gesagt ich habe noch andere Kinder und ich will nicht dass die in einer Gruft aufwachsen also die Haltung die diese Leute eingenommen haben auch diesem Verbrecher gegenüber hat mich sehr beeindruckt das war auf der anderen Seite ein ganz schwieriger Moment was sagen sie als Politiker der als Gesetzgeber der versucht Konsequenzen zu ziehen einem Betroffenen ich hatte als ich da hingefahren bin schon das Gefühl das wird ein schwieriges Gespräch und habe dann Leute dort kennengelernt ohne Hass ohne Rachsucht sicher mit null Verständnis für diesen Mörder aber auch nicht mit dem was man erwartet Menschen mit einer Haltung wie ich sie nicht nochmal in meinem Leben erlebt habe schwieriger Moment die Frage habe ich mir auch gestellt was sagt man in einem Moment wo man eigentlich nur was Falsches sagen kann wir haben sehr sachlich über meinen Gericht geredet über die notwendigen gesetzgeberischen Konsequenzen und auch darüber dass einer der in den Augen der Eltern einer der Hauptverantwortlichen war ein belgischer Justizminister der den auf einen Fuß gesetzt hatte zwischenzeitlich Richter am Europäischen Gerichtshof geworden war und die Eltern der Meinung war der muss da weg das geht doch gar nicht ich übrigens war auch dieser Meinung darüber haben wir geredet es gab einen Anknüpfungspunkt aber man redet natürlich dann auch über die Tat selbst und die Anweise wie die Eltern darüber geredet haben das uns also mir und meinem Mitarbeiter der mit mir da war dann auch leicht gemacht auch das ist wie ich finde eine Haltung die nur allergrößten Respekt hervorrufen kann Stichwort großer Respekt kommen wir zu einem zu dem schönen Moment von dem ich gerade sprach und das ist der 12. Oktober 2012 die Europäische Union wird dafür ausgezeichnet dass sie aus einem Kontinent des Krieges ein Kontinent des Friedens gemacht hat sie nehmen stellvertretend die goldene Medaille des Friedens Nobelpreises entgegen in Oslo und sie stehen auf diesem wunderschönen Hotel in Oslo das Grand Hotel auf dem Balkon und ist ja so ein bisschen wie der Champions League Sieg der Politik wenn ich das so sagen darf inwiefern kompensiert denn solch ein Moment den geplatzten Traum einer Fußballerkarriere na ich bin für den geplatzten Traum in meinem Leben mehr als einmal entschädigt worden eigentlich jeden Tag ich habe ja ein doch sehr reiches Leben bisher leben dürfen heute übrigens wir haben heute den 10. Dezember heute vor sieben Jahren war das am 10. Dezember 2012 ist die Urkunde und die Medaille verliehen worden also heute während unseres Gesprächs etwa um diese Uhrzeit vor sieben Jahren habe ich diesen Preis gemeinsam mit Hermann van Rompuy und José Manuel Barroso entgegengenommen das war jetzt exakt vor sieben Jahren dann habe ich einen Zahlen dreher drin der 12. Oktober war der Tag wo das Nobelpreiskomitee mitgeteilt hat auch jetzt in dieser Minute wird der an den Ministerpräsidenten Abiy verliehen in Oslo das ist ja der einzige Preis den Oslo verliehen wird alle anderen werden in Stockholm verliehen und wie gesagt das war habe ich auf dem Weg hierher mit meinen Mitarbeitern darüber geredet dass das heute vor sieben Jahren war das war ein großer Moment in meinem Leben eindeutig und dann war abends es wird früh dunkel um diese Zeit und dann sind da viele Leute vor das Hotel gezogen mit Kerzen und dann war da ich Sie kennen mich ja ich bin ja eher ein impulsiver und extrovertierter Charakter meine Kollegen Van Rompuy und Barroso die standen da auf dem Balkon die Leute haben da unten gesungen in die Europa und die standen da stocksteif wie Aachener Printen und dann habe ich denen gesagt aber Jungs also müssen wir ein bisschen Stimmung machen ich habe dann da oben angefangen ein bisschen die Leute zu animieren und haben mitgesungen und das fanden die super die zwei die sind dann reingegangen denen war das peinlich aber ich habe dann hinterher erfahren dass die Leute da unten auf dem Platz das richtig gut fanden ich fand es auch toll und ja das war schon ein bisschen Champions League Stimmung Sie haben und das ja über die gesamte Zeit und das finde ich krass also gleichzeitig EU-Politik gemacht und gleichzeitig kommunale Politik als Bürgermeister das heißt auf der einen Seite diskutieren sie mit den großen mächtigen über internationale Fragen und auf der anderen Seite müssen sie sich mit lokalen Nachbarschaftsstreitigkeiten herumschlagen wie in aller Welt und wahrscheinlich haben sie diese Frage schon sehr häufig gestellt bekommen ist dir dieser Spagat gelungen ich habe das vier Jahre gemacht ich war vier Jahre Parallelbürgermeister und Abgeordneter und ich habe die Geschichte schon oft erzählt aber da wir beide Würselner sind oder sie zumindest in Würseln die Familie ihrer Lebensgefährtin haben kann ich das ja nochmal erzählen ich war zum ersten Mal in meinem Leben im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments und das ist schon ein Ausschuss wo richtig internationale Politik gemacht wird und da waren die damaligen Außenminister von Frankreich und Großbritannien Juppé und Douglas Hurt berichteten hinter verschlossenen Türen über die Lage im früheren Jugoslawien ja spannend und dann bin ich ausgefahren in meinem Auto und musste ins Rathaus nachmittags wir haben schon auf der Fahrt zurückgedacht Mensch jetzt bist du aber doch irgendwo also so innerlich war mein Gefühl die zwei und ich und dann kam ich in meinem Rathaus an und lag die Niederschrift einer Einwohnerversammlung in der Neuhauser Straße Neuhauser Straße Neuhauser Straße wo dann Standfamilie A wünscht einen Baum von dem Haus bei der Neugestaltung Familie B wünscht ausdrücklich keinen Baum vor dem Haus bei der Neugestaltung das war ein Tag an dem ich aber eins gelernt habe Juppé und Douglas Hörn im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments ist mein Alltag der Baum vor dem Haus oder nicht der Parkplatz der Kitaplatz der Pflegeplatz für die Eltern der Stau auf der Autobahn das Zu-Spät-Kommen der Züge das Zu-Geringe-Einkommen die Zu-Hoe-Miete also das was in Einwohnerversammlungen diskutiert wird das ist der Alltag von Millionen Menschen da habe ich für den Rest meines Lebens eins gelernt das reale Leben findet in der Einwohnerversammlung statt nicht im Auswärtigen Ausschuss des Europaparlaments also das waren für mich sehr lehrreich jetzt haben wir beziehungsweise jetzt hätte dieses Gespräch diese Podcast-Folge hätte er beinahe den Titel haben können vom Buchhändler und Bürgermeister zum Bundeskanzler daraus ist nichts geworden das wissen wir und ich möchte Ihnen einen kurzen Kommentar vorlesen das ist ein YouTube-Kommentar der unter dem Video von Thilo Jung stand in ihrem Gespräch bei Jung und Naiv also ich zitiere jemand der vom Paketlieferanten bis zum Kommissionspräsidenten jedem auf Augenhöhe begegnet rhetorisch geschickt kommunal und weltpolitisch erfahren kann Rheinisch, Englisch, Französisch etc. fließend sprechen und ist nie von oben herab hat politische Visionen für die kleinen und großen Herausforderungen der Zukunft so einen bekommt nur die SPD kaputt Was macht das mit Ihnen? Ist nett man hört lieber so einen Kommentar als viele, viele andere die man ja als Politiker sich auch anhören muss aber der letzte Satz ist ein Irrtum die SPD hat mich nicht kaputt bekommen ich bekomme so schnell keiner kaputt wie soll ich das ausdrücken man hört lieber Komplimente das halte ich immer mit dem früheren österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky der hat mal gesagt sie glauben gar nicht wie viel Lob man vertragen kann klar es ist schön aber mich hat auch das was nach der Bundestagswahl in meiner Partei passiert ist nicht zerbrochen das ist im politischen Leben so ich habe Fehler gemacht ich habe viel Illoyalität erlebt viel Missgunst manche Intrige die auch wiederum weil ich sie nicht erkannt habe zu Fehlern bei mir geführt hat das spricht mich nicht von meinen Fehlern frei aber erklärt das eine oder andere aber man darf sich als Mensch nicht zerbrechen lassen wenn es ein Prinzip in meinem Leben gibt dann ist es du fällst hin aber du musst auch wieder aufstehen und ich stehe auf also so schnell kriegt mich keiner klar ich gehe davon aus dass die die uns jetzt zuhören oder zusehen nicht alle genau wissen was in dem Wahlkampf so alles passiert ist und ich habe mal so ein paar Ursachen mitgebracht weswegen aus der weswegen wir heute nicht vom Bundeskanzler Schulz sprechen also anfangs 2017 bricht ja dieser Schulz-Hype aus der extrem war im März 2017 werden sie dann mit 100% zum Kanzlerkandidaten gewählt und trotzdem ist es nichts geworden ich habe mal so ein paar Sachen mitgebracht die vor allem aus dem Buch der Schulz-Story stammen von Markus Feldenkirchen ein Grund ist die von Anfang an belastete Rollenverteilung mit Sigmar Gabriel und der generell nicht auf ihre Person zugeschnittene Wahlkampf ein zweiter Aspekt ist die Nicht-Analyse von vergangenen verlorenen Wahlkämpfen ein dritter ist der fehlende Mut zum Risiko das Thema Europa zu ihrem Thema im Wahlkampf zu machen so auch nach dem Vorbild von Macron in Frankreich ein vierter Grund könnten die Wahlschlappen in Schleswig-Holstein im Saarland und in NRW gewesen sein ein fünfter ein buntes Potpourri an Pleiten Pech und Pannen also als ich mir das Buch durchgelesen habe ist ja man mag es kaum glauben aber es ist die Realität also diese die Vorstellung des Wahlprogramms was irgendwie misslungen war der und das natürlich in aller Tragik der Schlaganfall ihres Wahlkampfmanagers das sowas kommt dann auch noch dazu ein weiterer Grund könnten die endlosen Querelen aus den eigenen Reihen sein also das Interview von Thorsten Albig habe ich mir hier notiert oder die Gerhard Schröder Geschichte mit Rosneft oder ein siebter Grund der Verlust der eigenen Intuition aufgrund systematischer Kaputtberatung sind nicht meine Worte sondern aus diesem Buch aufgegriffen Ihr Fazit so haben sie es zumindest mal in einem Interview geschildert hat sind vor allem zwei Ursachen entscheidend gewesen erstens dass sie nicht über Europa geredet haben und zweitens dass sie oder es nicht zu ihrem Hauptthema gemacht haben und zweitens dass sie nicht im NRW Landtagswahlkampf eingegriffen haben wenn ich so frei sein darf hätte ich auch zwei Gründe mitgebracht die aus meiner Sicht passen der Unternehmensberater in mir sagt die Ursachenforschung ist essentiell und wenn das nicht gemacht wird und das wurde ja scheinbar nicht gemacht auch in den vergangenen Wahlkämpfen ist es aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch dass was schief läuft der Mensch in mir sagt hier wurde ein Zehner auf die Neuen gestellt also hier sollte ein Spielmacher wie Toni Kroos plötzlich Tore schießen wie Timo Werner was ist Ihre Einschätzung dazu zu meiner Wahrnehmung wir hatten schon Ursachenforschung betrieben und dazu gehörte dass die SPD endlich als homogenes ganzes geschlossene Formation antreten muss das hat sie nicht getan sie war bei Wahl Niederlagen vorher eine zerstrittene Partei die 100% ließen mich annehmen das haben wir jetzt gemeinsam kapiert und alle sammeln sich jetzt hinter dem Vorsitzenden und Kandidaten sie haben gerade in ihren sieben Punkten eine Reihe von Ereignissen genannt wo sichtbar war dass das nicht geschah im politischen Leben ist das so das kannst du zum Teil nicht beeinflussen ich habe mit Schröder über Rosteneft geredet aber ich bekam ihn da nicht von weg und ich hatte auch keine Entscheidungsbefugnis das zu verhindern ich habe Torsten Albig nicht zu diesem Interview geraten dass seine Frau im Intellektuell nicht mehr gewachsen sei aber sie müssen dafür die Verantwortung übernehmen das ist so da ist die Medienwelt auch hart die in Hamburg tobt der schwarze Block beim G20 Gipfel und die Medien die Journalisten schreiben Problem für Schulz die Frage ist warum ist eigentlich der schwarze Block in Hamburg randalierend ein Problem für mich weil Journalisten das schreiben weil Journalisten sagen ja das ist ja eine SPD regierte Stadt als ob ich einen Einfluss darauf hätte was der hamburgische Innensenator oder der Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg da macht sie können sich medialen Gesetzen halt auch nicht entziehen das ist eine bittere Erkenntnis aber damit muss man leben sie haben in ihrer Auflistung eine ganze Reihe unterschiedlicher Gründe und trotzdem würde ich retrospektiv heute mal folgendes sagen 20 Prozent 20,5 Prozent sind aus heutiger Sicht ein respektables Ergebnis was übersehen worden ist ist wir haben in den letzten zehn Tagen vor der Bundestagswahl etwa 4 Prozent 3,5 bis 4 Prozent verloren die SPD wir lagen bei 23,24 Prozent Meinungsforscher haben mir nach der Wahl gesagt ihr habt ihr verloren wegen der Debatte dritter Platz die Leute sahen die SPD gewinnt nicht und dann haben taktische Wähler gesagt wir wollen aber nicht dass die AfD dritter wird und haben dann FDP, Grüne oder Linke gewählt wenn ich mit 24 Prozent oder 23 Prozent herausgegangen wäre die Lage wieder eine ganz andere gewesen 20 Prozent waren nach Lage der Dinge die CDU verloren 9 Prozent oder 8,5 glaube ich von 41 und so und so viel auf 33 und wir 5 das heißt die GroKo hatte eine Verschiebung von 13 14 Prozent aber nach rechts zugunsten der AfD wenn sie sich die Landschaft heute anschauen glaube ich dass wenn ich einen anderen Wahlkampf geführt hätte hätten wir vielleicht mehr gewonnen den Wahlkampf den ich geführt habe glaube ich hat verhindert dass wir weniger bekommen haben das ist auch eine Zahl die völlig untergegangen ist während meine Partei nach unten ging habe ich selbst in den letzten zehn Tagen vor der Bundestagswahl einen Popularitätsschub gehabt konnte man in den Politiker Ranking sehen das letzte Politiker Ranking das der Spiegel veröffentlichte sah bei mir ein Plus von zehn Prozent das heißt der Wahlkampf hat schon was gebracht aber natürlich nicht das was wir sehr oft hatten aus heutiger Sicht werden wir 20,5 Prozent bei der nächsten Bundestagswahl bekommen glaube ich werden wir froh sein ich hoffe dass wir mehr kriegen aber das wäre schon mal ein gutes Ergebnis insofern bin ich hier zurückblickend schon auch trotz aller Fehler im Reinen mit dem was da abgelaufen ist wenn die SPD nicht lernt das ist die Kehrseite der Medaille dass wir nach innen kontrovers diskutieren können bis zum geht nicht mehr aber dass wir nach außen geschlossen auftreten müssen dann wird sich das auch nicht bessern auf auf das heutige Ergebnis oder den heutigen Stand der Umfragewerte hätte ich sie ohnehin noch angesprochen und ich könnte mir vorstellen was sie jetzt sagen aber spielt da nicht so ein bisschen Genugtuung mit Ja wenn sie in der Situation sind dass alle diejenigen die natürlich ihre eigene Rolle kennen und um ihre eigene Rolle wissen aber so sind Menschen nun halt mal wenn sie einen Ausweg sehen die eigene Verantwortung ein Stück zu delegieren an jemand anderen dann tun Menschen das halt das fand ich mich nach der Bundestagswahl in der Situation dass alle Mimpfinger auf mich gezeigt haben das ging mir dann ganz kurz danach nochmal so wir gehen in die Opposition dann scheiterte Jamaika dann kam der Druck des Bundespräsidenten auch der medialen Öffentlichkeit staatstragende Verantwortung gut ich habe gesagt ich finde wir sollen in der Opposition bleiben aber ich war der Einzige alle anderen in der Führung der Partei waren der Meinung nein das ist falsch gut Parteivorsitz ist kein Diktator ich habe mich dann dieser Mehrheitsmeinung angeschlossen und gebeugt das Ergebnis war dass Kollegen die es weniger gut mit mir meinten natürlich diesen Umfaller Charakter den dann viele auch der SPD zu Wiesen wieder privatisiert haben nach dem Motto der Schulze gesagt hat wir waren das ja nicht also von daher habe ich da schon bittere Stunden erlebt aber ich bin rückblickend auch mit Blick auf die jetzige Umfragelage schon auch mit mir am Rhein Ich habe zur Vorbereitung zuerst die Schulz Story gelesen von Herrn Feldenkirchen und danach die Biografie von Frau Kopajnik und wenn ich mir das so wenn man sich das so durchliest und diese Biografie reicht bis glaube ich 2016 dann habe ich mir so gedacht wie konnte sowas eigentlich passieren also es ist so eine unwirkliche Fortsetzung ihrer politischen Karriere mit diesem Wahlkampf und mein persönliches Fazit daraus ist außer dass abgesehen davon dass es spannend war Wahlkampf mal so kennenzulernen also eine Buchempfehlung tatsächlich an dieser Stelle am Ende gewinnt nicht der bessere Politiker sondern der bessere Wahlkämpfer und das ist so ein bisschen wie wenn man es auf den Fußball überträgt der beste Fußballtrainer ist der der die besten Pressekonferenzen gibt ist da was dran ich glaube es ist ein schwieriger Vergleich in der Welt in der wir heute leben ist der mediale Auftritt von entscheidender Bedeutung haben sie 100% recht es kann dazu sein dass der bessere Trainer der ist der die Sportjournalistik davon überzeugt dass er der bessere ist obwohl er vielleicht nicht der bessere ist in der Politik gibt es ähnliche Elemente aber man muss natürlich die Gesetzmäßigkeiten der Politik berücksichtigen bei dieser Bewertung und die sind andere als die im Profifußball Gesetzmäßigkeiten der Politik sind zum Beispiel auch Vertrauen einer breiten Masse von Menschen Angela Merkel ist eine Bundeskanzlerin die es mich finde in geradezu brillanter Weise verstanden hat ihre abwartende Haltung ihre Fähigkeit da ist sie eine gelehrige Schülerin von Helmut Kohl nur in diesem Punkt eine gelehrige Schülerin von Helmut Kohl der die Haltung hatte 90% aller Probleme erledigen sich durch liegen lassen Frau Merkel ist eine Politikerin die sehr gut versteht ihre Entscheidungs Zurückhaltung so würde ich das mal nennen als dynamische Politik zu verkaufen es gab einen Biografen von Angela Merkel Nikolaus Blome lange bei der Bildsatung beim Spiegel der hat diesem Buch den Titel die Zauder Künstlerin gegeben das ist sie aber mit dieser Haltung ich habe alles unter Kontrolle wir fahren auf Sicht Schritt für Schritt also diese Mutti Attitüde die ja auch zu dem Spitznamen führt war glaube ich in der aufgewühlten Zeit des Jahres 2017 Trump gerade gewählt Putin Xi Jinping diese verunsicherte Welt das was die Deutschen wollten die Mehrheit der Deutschen trotz allem trotz aller Skepsis wollten ein Stück der Problematik in dem Wahlkampf das ist mir aber auch erst später klar geworden lag darin dass ich Probleme hatte Angela Merkel zu attackieren weil sie sich der direkten politischen Kontroverse in der Sache entzog das habe ich hart kritisiert auf der anderen Seite gab es aber die AfD die diese Merkel muss weg rhetorik hatte der ich mich logischerweise nicht anschließen konnte das war rein das ist mir in diesem Wahlkampf nicht so sehr aufgefallen heute rückblickend in der Analyse würde ich mal sagen dass das für mich ein echtes Hindernis war ich wollte Angela Merkel viel stärker attackieren habe aber natürlich in zunehmender Wahlkampf Intensität gemerkt da musst du in der Wortwahl sehr vorsichtig sein um nicht in die Nähe der AfD zu kommen und deshalb glaube ich dass ich ein guter Bundeskanzler gewesen wäre ich hätte das war eben in den Punkten die sie aufgelistet haben mein Hauptfehler Europa zum Thema machen müssen ich hatte auch den Vorschlag unterbreitet ich sage Macron ist mein Partner nicht der Partner von Angela Merkel gut also ich kann nicht den Rest meines Lebens über diesen Fehler resonieren ja ich glaube noch vielleicht eine kurze Merkung zu Frau Merkel sie haben glaube ich gesagt man kann niemanden besiegen der nicht kämpft sowas hatten sie glaube ich und das trifft sie ja ganz gut ja Angela Merkel macht da einen Wartebausch Wahlkampf das ist weich lieb nett und selbst auf meiner Attacke ich hatte ja gesagt das ist ein Anschlag auf die Demokratie was die da machen weil die legt die Demokratie lahm was ich ja auch ein überspitzter und auch vielleicht zu harter Satz aber ihre ihre Antwort darauf ihre Reaktion war super professionell so kenne ich den Herrn Schulz gar nicht Schwamm drüber also es ist schon Angela Merkel ist eine kommunikativ eine sehr geschickte Frau und wenn es einen Nobelpreis für Kommunikation gäbe müsste den Steffen Seibert bekommen der Regionsprecher der aus einer Frau die vor jeder Entscheidung irgendwie davon geht oder zögert eine Frau macht die im breiten auch in der internationalen Ebene im breiten Ansehen der Leute als dynamische Problemlöserin gilt das ist in Brüssel finde ich ganz toll dass die Leute mir sagen hier ist ja nichts gelöst also alles ist hier und drei Sätze später die Einzige die hier was bewegt ist Angela Merkel du hast ja eben gesagt hier wird nichts bewegt hier ist nichts gelöst Angela Merkel erweckt aber den Eindruck ja ich war bei einer der letzten Aufführungen von Volker Pispas in der Tonhalle in Düsseldorf und er ich glaube er hat Frau Merkel einmal so beschrieben wenn sie feststellt dass alle gegen sie sind dann dreht sie sich einfach um und sagt alle stehen hinter mir aber gut wir wollen es jetzt ja hier nicht ausufern lassen ich würde das Thema Wahlkampf gerne nochmal aufgreifen weil ich finde das ehrlich gesagt beeindruckend sowas auszuhalten ich würde mich nicht darauf einlassen wollen auf diese diese Belastung und sie erzählen von einer von einer Situation wo ich mir gedacht habe das muss doch richtig wehtun sie ich glaube es war kurz vor der Wahl und es gab irgendwie ein Fotoshooting oder ein Videoshoot hier in der Nähe und es kommt ein Radfahrer vorbei der sie sieht erkennt hält an und sagt Herr Schulz wissen Sie warum Sie die Wahl nicht gewinnen weil Ihre Frau nicht hinter Ihnen steht und dazu muss man wissen dass Sie mit Ihrer Frau von Karriereanfang ein Deal hatten dass Sie nicht in die Öffentlichkeit geht und was natürlich nichts darüber aussagt wie sehr Ihre Frau hinter Ihnen steht und wenn man sich mit Ihnen auseinandersetzt weiß man ganz genau wie sehr Ihre Frau hinter Ihnen steht wie hält man sowas aus so ein Moment das war ein schwieriger Moment und da bin ich meinen Personenschützern die da mit mir unterwegs war bis heute dankbar meine Personenschützer haben reagiert nicht ich die haben gesagt mach dich vom Ackerkollege also eine Dreistigkeit ist mir selten untergekommen ist ja schon auch eine Attacke die mein Privatleben berührt und wenn der Typ gewusst hätte was für meine Frau und für meine Kinder ein solcher Wahlkampf bedeutet nicht nur ein Verzicht auf privates Leben du bist ja eine öffentliche Persönlichkeit und gut Schulz ist in aller Weltsnahme das schützt natürlich auch aber das Schlimme für die Angehörigen viel schlimmer als für einen selbst sind die öffentlichen Attacken die abgerissenen Wahlplakate die bösen Karikaturen die schlimmen Kommentare im Netz diese Verletzung muss ich ja vorstellen das ist für die Kinder der Vater für den Lebensgefährten für den Partner ist das der Ehemann oder die Ehefrau ist schon ganz hart und dann kommt da irgend so ein Typ da angeradelt und pöbelt einen da an das fand ich schon war wirklich an den schwierigen Momente und wie gesagt die beiden Personenschützer die da bei mir waren zwei Polizeibeamte die haben gesagt setze dich mal auf dein Rad und guck da du wegkommst das war wahrscheinlich die bessere Entscheidung Sie sprechen von den Wahlkampf oder von den Wahlplakaten die verunschaltet werden ich muss gestehen wenn Wahlkampf ist und ich Wahlkampf Wahlplakate sehe lese ich immer laut vor also die Menschen die dann bei mir sind und die das von mir wissen die wissen jetzt genau wovon ich spreche ich lese dann immer laut vor was auf diesen Wahlplakaten steht und fühle mich immer so ein bisschen ja so ein bisschen verarscht weil das ist alles so nichts aussagend also ich habe so ein paar mal mir hier notiert wie soll Europa vorankommen wenn Deutschland stehen bleibt okay macht Europa stark und mein absoluter Favorit ist Zusammenhalt ich habe vor kurzem gelesen das ist keine Politikverdrossenheit sondern eine Politikerverdrossenheit gibt gibt es da wie sehen Sie das ist da was dran es gibt beides es gibt Politikverdrossenheit bei denen die die handelnde Politik beobachten und den Eindruck haben sie bringen nichts auf die Reihe und bei den beiden Regierungsparteien muss man ja auch sagen die beschäftigen sich zur Zeit überwiegend mit sich selbst dass dann die Leute den Eindruck haben obwohl die Bundesregierung objektiv gute Arbeit leistet das ist ja das Phänomen die Bundesregierung bewegt eine ganze Menge zur Zeit denken Sie mal an die Rentendebatte denken Sie mal an die Abschaffung der Soli denken Sie mal an die ganzen Beschlüsse die wir da haben ist die Wahrnehmung der Menschen aber eine andere dass diejenigen die von Ihnen beauftragt sind die Probleme des Landes zu lösen sich mit sich und ihrer Partei beschäftigen das führt zu Politikabwendungen die Leute sagen wie sie es mit zu tun haben der nächste Schritt ist dass man identifiziert wer ist das und das führt zur Politik Kerr verdrossen beides gibt es es gibt das aber nicht Integral sondern es ist sehr differenziert Menschen die Politik fern sind die winken sowieso ab das sind übrigens die überwiegende Mehrheit und um jetzt auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen die überwiegende Mehrheit die nicht die Ever Z liest und nicht die Tagesschau guckt und nicht mal RTL Nachrichten überhaupt nichts guckt außer Sportteil wenn Sie die erreichen wollen die zur Wahl bringen wollen dann können Sie nicht auf ein Wahlplakat drucken sehr geehrter Herr sehr geehrte Dame wir sind die sozialdemokratische Partei oder wir sind die christlich-demokratische Union bitte lesen Sie mal den nachfolgenden Text unserer Vorschläge für eine Reform der Europäischen Union wenn Sie der Meinung sind die Gesellschaft driftet auseinander jeder denkt nur nur an sich selbst es gibt die Haltung wenn jeder an sich selbst denkt ist am Ende auch an alle gedacht wie wollen Sie dem entgegenwirken da schreiben sie auf einem Wahlplakat Zusammenhalt Leute vielleicht wäre es so gut man schreibt dahinter Zusammenhalt Leute Ausrufe das würde mich mehr abholen klar müsste man mal testen das heißt die Sinnfälligkeit solcher Wahlplakate sind ja auch nicht die politische Botschaft sondern die zehntausenden Wahlplakate die da aufgestellt werden haben ja nur einen Sinn die Leute daran zu erinnern es ist Wahl kein Mensch macht sich die Illusion dazu über so ein Wahlplakat am Ende eher an überzeugen aber aber ihre eigenen Leute daran zu erinnern pass auf da ist Wahl da musst du hingehen das ist der Sinn dieser plakativen Werbung die ja übrigens in zunehmendem Maß auch nicht mehr die Rolle spielt wie früher weil das der direkte Kontakt über die sozialen Netzwerke über die in der digitalen Welt in der wir leben ist ja der Weg zwischen Politiker und Wähler kürzer geworden Donald Trump einer der das genau weiß aber wie gesagt der Text auf so einem Wahlplakat ist jetzt keine philosophische Abhandlung was die Politiker Verdrossenheit angeht ist das natürlich zum Teil berechtigt weil die Leute das Gefühl haben die drehen sich um sich selbst das ist hier in diesem Berliner Politikbetrieb in besonderer Weise ausgeprägt weil diese selbst referenzielle Berlin funktioniert ja wie folgt ein Journalist setzt was in die Welt irgendwas rufen Politiker an was sagen sie dazu der gibt dazu seinen Kommentar ab da ist die nächste Schlagzeile Schulz sagt zu dem was der Journalist da gerade aufgeschrieben hat dann ruft er den nächsten an der sagt ja der Schulz der hat mir jetzt gerade gefehlen nächste Schlagzeile ist Meier widerspricht Schulz und vielleicht irgendein Peanut die Leute im Land denken naja was hat das mit mir zu tun also die Entfernung zwischen Berlin und vielen Bürgerinnen und Bürgern nimmt zu es hat auch etwas mit Berlin als Stadt zu tun ich kann mich gut daran erinnern dass die Bundeshauptstadt Bonn hieß Bonn war kleiner als Düsseldorf oder Köln konnte sie mit Hamburg und München nicht messen Bonn war reduziert auf die Politik und am Wochenende fuhren die Abgeordneten gerne aus Bonn weg in ihre Wahlkreise Berlin Berlin ökonomisch politisch journalistisch wissenschaftlich das Zentrum dieser Republik alles fokussiert sich in immer stärkerem Maße auf Berlin ich glaube ein Problem unseres föderalen Charakters war immer dass wir viele regionale Zentren hatten und nicht wie Großbritannien oder Frankreich eine alles absorbierende Hauptstadt das ist aber im Moment so Berlin zieht alles auf sich kann die Stadt nichts für aber das politische kulturelle soziale journalistische wissenschaftliche wirtschaftliche Berlin wird immer stärker das widerspricht ein Stück weit dem föderalen Charakter unseres Landes darüber müssen man nachdenken da bin ich ganz stark für die Föderalisierung die in der Geschichte unseres Landes immer wenn Deutschland ein zentralisiertes Land wurde ist es gescheitert das war bei den anderen dreckigen Regimen die später kamen so der föderale Charakter unseres Landes stärkt die Region und stärkt auch die Identität der Menschen in den Regionen deshalb ist Deutschland eigentlich für ein zentralistisches System nicht geeignet zurück zu der Frage Politiker Verdrossenheit ich erlebe aber auch die Politiker Verdrossenheit als ein Luxus Politik ist harte Arbeit bis in die tiefe Nacht Samstage und Sonntage eingeschlossen Berufspolitik ist fordernd für die Familie wenn du Abgeordneter bist du bist weg von deiner Familie bis in der Hauptstadt nimmst du die Familie in die Hauptstadt mit mutest du ihr zu für vier Jahre umzuziehen muss wieder zurück hohes Risiko Politik ist wir sind gut bezahlte Abgeordnete im Verhältnis zu dem was Leute unserer Entscheidungsbefugnis in der freien Wirtschaft verdienen können wir uns nicht mit messen selbst in den Behörden verdienen die hohen Ränge mehr als die Abgeordneten das ist schon fordernd und ambitioniert also wem Geld verdienen ist gut bezahlt aber ein junger Rechtsanwalt der ein gutes Prädikat hat in eine Anwaltskanzlei geht kriegt möglicherweise das was wir als Diäten kriegen als Anfangsalär als Anfangshonorar führt natürlich dazu dass ganz viele Leute sagen ich bin ja nicht blöd geht ja nicht in Politik dann kommt dieser öffentliche Druck dazu diese Internet Verleumdungs Maschine die dich in einer persönlichen in einer zivilen Existenz ja geradezu auf den Boden zu drücken versucht ich erlebe immer mehr Leute die Politiker Verdrossenheit eigentlich auch so wie so eine Monstranz vor sich her tragen nach dem Motto ich will mit der Politik nichts zu tun haben weil guckst sie dir doch an diese Politiker und man den Leuten ja dann sagen wie wirst denn wenn du es selbst mal machst vielleicht kannst du es ja besser stell dich doch mal zur Wahl mach doch mal für ein paar Jahre zu einer alter hanseatischer Tradition der gute Bürger stellt sich eine gewisse Zeit lang in den Dienst der Öffentlichkeit in seinem Leben also Politiker Verdrossenheit ist zum Teil auch ein Instrument um sich selbst aus der Verantwortung auszustehlen wenn wir jetzt gibt es ja gar nicht allzu ferner Zeit die nächste Wahl steht an und vielleicht eine nicht ganz ernst gemeinte Frage welcher SPD Kanzlerkandidat hätte denn mehr Chancen Kevin Kühnert oder Jan Böhmermann Der eine so wenig wie der andere Kevin Kühnert ist ein junger Mann der sicher in unserer Partei noch eine Karriere vor sich hat aber ich glaube er denkt selbst nicht im entferntesten daran Kanzlerkandidat zu werden bei Herrn Böhmermann ist es ganz einfach so die Ukraine hat gerade Herrn Selensky auch einen Unterhaltungskünstler zum Staatspräsidenten gewählt Ich empfehle nur mal einen Blick auf die Schwierigkeiten die Herr Selensky zur Zeit hat vor allem innenpolitisch man braucht schon wenn man die Regierung eines 82 Millionen Volkes des größten Mitgliedslandes der Europäischen Union führen will eine gewisse Erfahrung in der Politik ich finde den nett den Böhmermann ist er witzig von nicht alles aber manchmal ist er ja auch richtig witzig brennender Sozialdemokrat Ja ich finde das toll klar habe ich überhaupt nichts gegen im Gegenteil ich finde das toll aber eine Sache muss man jetzt auch mal klar sagen das sage ich als jemand der jetzt über 30 Jahre praktisch Berufspolitik macht die Anmaßung als jemand der noch nie irgendeine Wahl bestanden hat keinen Wahlkampf geführt hat kein exekutives sondern kein legislatives Amt inne gehabt hat die Anmaßung zu sagen aber ich kann Bundeskanzler ist in der Demokratie zulässig in der Demokratie ist es aber auch zulässig einem solchen jungen Mann zu sagen lern erstmal ein bisschen was bevor du für dich reklamierst dieses Volk in den schwierigen Zeiten in denen wir leben zu führen sie haben mich eben auf meine Bürgermeister Zeit angesprochen ich habe mit 42 Jahren den Titel Altbürgermeister verlieren bekommen bei einer Zermonie wo ich auch eine Rede gehalten habe meine Verabschiedungsrede in dieser Rede habe ich einen Satz gesagt der wie folgt lautete wenn ich zu Beginn meines Mandates gewusst hätte was sie am Ende meines Mandates weiß hätte ich niemals den Mut aufgebracht dieses Amt anzutreten jugendlicher Enthusiasmus und Wagemut ist toll politische Erfahrung ist notwendig Sie haben und das ganz zum Ende des Buches der Schulz Story erwähnt dass Sie sich und das ist jetzt glaube ich ein gutes Jahr her seit Veröffentlichung dass Sie sich mit den Intellektuellen des Dritten Reichs beschäftigen wollen noch intensiver Sie haben sich das ist ohnehin eins Ihrer Themen im Leben wie ist denn da der Forschungsstand wenn ich fragen darf Ich habe in der Zwischenzeit eine neu erschienene im vergangenen Jahr erschienene Biografie über Albert Speer gelesen Hitlers Architekt neue Quellen die auch offenlegen dass im Gegensatz zu dem was er im Nürnberger Prozess bei dem er ja mit 20 Jahren Gefängnis davon gekommen ist ausgesagt hat sehr wohl an einer massenhaften Deportation von Juden hier in Berlin beteiligt war das auch wusste auch wusste was in den Konzentrationslagern abging ich habe mich intensiv mit dem Staatsrechter Karl Schmidt befasst Karl Schmidt war einer der juristischen Legitimationsgeber der Rechtsphilosophie der Nazis völkisches Recht wenn ich hier manche Rede jetzt wieder im Bundestag höre fühle ich mich stark an Karl Schmidt erinnert Ernst Jünger seit jeher einer meiner rechten Autoren den ich stark lese Jünger und Karl Schmidt auf dem Dach auf der Dachterrasse des Hotels Raphael in Paris mit einem Rotweinglas in der Hand sozusagen das Kampfgeschehen in Paris beobachtend als ästhetisches Phänomen der Gewalt in einer so schönen Stadt wie Paris miteinander austauschend da kriegst du die Krise wenn du das liest die Intellektuellen des Dritten Reiches waren eine Zyniker Bande wie man sie hoffentlich kein zweites Mal mehr antreffen wird aber wenn ich mir Leute aus der identitären Bewegung anschaue bin ich mir nicht sicher wenn ich manchen rechten Philosophen heute höre bin ich mir nicht sicher ob das garantiert ist dass wir ein solches Milieu nicht wieder finden werden und nicht wieder treffen werden was kann denn jeder einzelne von uns unternehmen um das zu verhindern die Weimarer Demokratie ist nicht gescheitert nicht zuletzt gescheitert ich will es so formulieren die Weimarer Demokratie ist zertrümmert worden von den Antidemokraten aber sie ist auch daran gescheitert dass die Demokraten nicht stark genug waren und dass es nicht genug davon gab die im entscheidenden Moment aufgestanden sind der englische Philosoph Edmund Burke das ist ein Philosoph des 17. Jahrhunderts hat mal den Satz gesagt für den Sieg des Bösen reicht es dass die Guten nichts tun jeder Einzelne kann was tun wenn sie einem Rassisten begegnen einem homophoben Menschen wenn sie einem Frauenfeind begegnen einem Gewalt Propagandisten kann man sehr wohl sagen ich bin nicht deiner Meinung und solange ich hier am Tisch sitze finde ich das solltest du deinen Mund halten oder zu einer Demo gehen und mal daran teilnehmen wenn gegen die Rechten demonstriert wird und vielleicht nicht mit dem Stinkefinger ich kann nur dazu raten Mitarbeiter von mir hat mir eine tolle wirklich mich sehr beeindruckende Geschichte erzählt ich war hier in Berlin da marschiert die AfD mit den schwarz-rot-goldenden Fahnen am Brandenburger Tor vorbei und die anderen stehen da und zeigen denen den Stinkefinger und brüllen und der Eindruck entsteht die Geordneten das sind die und der Krawall ist auf der anderen Seite warum steht nicht eine Massenbewegung von Menschen mit der schwarz-rot-goldenden Fahne da das ist auch meine Fahne das ist auch ihre Fahne Demokratie warum überlassen wir das Symbol unserer Demokratie den Antidemokraten warum ist es nicht möglich was zum Beispiel 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft möglich war dass Deutsche ihre Fahne schwenken aber sie auch für die Brasilianer geschwenkt haben als die am Ende gewonnen haben das ist ein Patriotismus der sich nicht gegen andere richtet sondern für uns ist so wie die anderen ihren Patriotismus haben warum bemächtigen sich die Rechten wieder der Symbole der Republik die sie eigentlich verachten einfach weil die die diese Republik verteidigen müssen ihnen das Feld überlassen deshalb glaube ich schon dass wir darüber diskutieren müssen dass jeder Einzelne sich überlegen muss wenn wir jetzt zum Beispiel erleben dass der Präsident des Feuerwehrverbandes der gesagt hat ich möchte nicht dass die AfD sich meines Verbandes bemächtigt von AfD Leuten aus dem Feuerwehrverband attackiert wird dafür er würde seine politische Neutralität verletzen warum sind eigentlich nicht alle anderen da und sagen so wie die Feuerwehrleute das jetzt bei dem Mord an ihrem Kollegen da gemacht haben plötzlich sichtbar da sind dass sie hinter ihrem Verbandspräsidenten stehen und sagen wir wollen nicht dass die SPD oder die CDU oder die FDP oder wer auch immer oder die Grünen sich unseres Verbandes bemächtigen wir möchten das aber auch nicht von der AfD solche Sachen dass so ein Mann nicht alleine steht sondern eine breite Resonanz und zwar nicht von Politikern sondern von anderen Feuerwehrleuten bekommt jeder Einzelne kann da wo er steht was für die Verteidigung unserer Republik tun Wir werden für die Verteidigung unserer Republik jetzt nicht mehr allzu viel tun können weil unsere Zeit so langsam abgelaufen ist wir biegen auf die Zielgerade ein Herr Schulz und es gibt zum Abschluss eines jeden Gesprächs immer die Halbsätze Ich beginne einen Satz Sie beenden ihn spontan ob kurz oder lang ist Ihnen überlassen Ganz in meinem Element bin ich wenn Ich rede nur über Europa heute Ich bin ein Andersmacher weil Ich keinen normierten vorgefertigten Lebensweg gegangen bin Wenn ich beginne an mir zu zweifeln dann geht es mir schlecht und das ist häufig der Fall Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste dann Wenn ich jemandem den Andersmacher Award gibt es den? Ne den gibt es nicht noch nicht Noch nicht Also wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste Ist das egal wenn ich im Moment nachdenke? Absolut Wenn ich jemanden Andersmacher Award Wie heißt der Fußballer vom VfB Stuttgart der Nationalspieler der sich als Homosexueller geoutet hat? Thomas Hitzelsberger Ja Thomas Hitzelsberger würde ich das verleihen der den Mut aufgebracht hat in einem zutiefst maskulin geprägten Milieu sich als homosexueller Mann zu outen großer mutiger Schritt Herr Schulz Sie haben ganz zum Abschluss des Gespräches ich gebe das Wort immer an meinen Gast ganz zum Abschluss und normalerweise frage ich Sie was wollen Sie uns noch irgendwie mit auf den Weg geben vielleicht auch im Kontext des Podcasts dass ich das meine Mission ist anders machen normal zu machen aber vielleicht weil ich plane das Gespräch noch vor Weihnachten zu veröffentlichen vielleicht können Sie ja auch das das Wort an unsere Zuhörer und an unsere Zuschauer richten und Sie dürfen einen Weihnachts oder einen Neujahrsgruß mit da drin verbraten ich feiere am 20. ich feiere am 20. Dezember meinen 64. Geburtstag und erinnere mich an meine Eltern mein Vater war Jahrgang 1912 meine Mutter Jahrgang 1920 wenn ich auf das Leben meiner Eltern blicke ich hatte einen Vater der zwei Weltkriege erlebt hat und eine Mutter die meinen ältesten Bruder in den ersten Monaten seines Lebens in einem Keller durchbringen musste weil darüber die Stadt zerstört wurde wenn ich an die Herausforderungen im Leben meiner Eltern denke und an meine eigenen Herausforderungen in meinem Leben selbst in den finstersten Stunden denke hatte ich es leichter als meine Eltern vielleicht in ihren schönsten Stunden als sie junge Leute waren deshalb glaube ich bei einer Ausforderung dieses 21. Jahrhundert noch für uns gerade für die Europäerinnen und Europäer bereit halten wird wir leben in Zeiten die nie irgendeine Generation vor uns an Chancen an Demokratie an Sicherheit an Freiheit und Freizügigkeit hatte darüber sollte man so einem Weihnachtstag mal nachdenken wir nehmen das alles wie Gott gegeben hin denke nicht darüber nach dass zum Beispiel meine Eltern nicht mal von so einem Leben zu träumen gewagt hätten worüber wir nicht nachdenken also man muss Weihnachten nicht in nur Festigkeit und Feierlichkeit und Pathos verfallen aber ab und zu mal darüber nachzudenken was wir doch für ein sicheres Leben führen und auch darüber nachzudenken dass man das nicht gefährden darf und denen die es verändern wollen zum Schlechten einen Riegel vorschieben können das wäre doch eine gute Weihnachtsstimmung ein schönes und passendes Schlusswort Herr Schulz vielen lieben Dank für Ihre Zeit alles klar